Guten Morgen! Es ist jetzt ungefähr halb zehn und wir sind schon aus der Wohnung draußen, denn heute geht es quer durch Salzburg. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, die erste Station weiß, die Festung in Salzburg ist eigentlich ganz schön hier. So, ich habe mich jetzt mal ein bisschen zurückfallen lassen. Wir sind momentan im Museum der Modernen und machen hier eine kleine Führung. Und ich bin, glaube ich, als einziger Mann mit 15 Frauen unterwegs. Definitiv eine der coolsten Sachen hier in Salzburg, die Trinkbrunnen. So, und jetzt noch zum Abfluss des Tages ein kleines Picknick. So, ich bin, glaube ich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020